Habt ihr noch Flawless-Karten? Äh, ja. Kaputte Karte, so chillig. Ich gehe noch heute Flawless, Alter. Ach so, okay. Wie immer. Sniper. Sniper, Sniper, ich renne trotzdem rein. Nice. Au. Ah. Okay, wir machen es gleich wie wir. Danach immer boxen. Sehr gut. Schon mal sympathisch. Oh, leck. Im Rutschen snipet er mich weg. Trade. Gleiche ist seine Kiste an diesem Ding halt. Na! Beide mit den Schultern darf ich bestimmt wohnen können. Das sind die gleichen. Juhu. Das ist vielleicht. Nein, jetzt habe ich den im Start nicht. Oh no. Kill ist kill. Ich bin auch alle natürlich AIDS-Hunter. Na, 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 na. Komm. Ich bin alle AIDS-Hunter. Ich bin Hunter. AIDS ist AIDS. HIV-Hunter. Das ist mein Hunter. Jawoll, ey. Gernaden. Ey, hast du für die nächste Runde. Nein, ja, natürlich. Jetzt schmach. Wieso kann der mir schreiben? Was hat er denn geschrieben, dass du nur... Lord Lurz needs to re-evaluate his life. War noch falsch geschrieben. Okay. Warum schreibt er Lord Lurz nicht direkt? Schreib ihm, sag's ihm selber. Ich schreib selber. Oh, bitte. Schreib ihm selber. Schreib's ihm selber, wenn du dich traust. Lass mal hinten her schreiben. Schreib ihm bitte, sag's ihm selber. Ach so, ich hab jetzt nur selber geschrieben. Aber ich glaub, da kann kein Deutsch. You too. You too. You too. Ich schreib's dir jetzt immer noch nicht, warum der Lars das jetzt abbekommen hat. Aber es ist okay. Ich lade ihn in den Clan ein. Ja. Und ich brauch ein Value live. Er muss sein Leben überdenken. Okay, gut. Werde ich ihm sagen. Bruder, wichtiger Tipp von irgendeinem Randy im Game. Ja, ich werde auch mit meinem Chef morgen. Ich glaube, ich muss mal einen Monat raus. Chef, sorry. L23 sagt's. Ich muss das ändern im Leben. Wie fühlst du dich jetzt so, Lars? Ich wisch mir grad die Tränen weg. Ich hoffe, ihr hört das Zittern in meiner Stimme. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Jetzt pusht sie plötzlich. Ob du das haben? Nein. So long. Einer kommt hinten rum, wie bei uns ein Spawn. Und ich lieg hier an der Rakete. Huh? Alter, der ist durch. Kommt er schon. Der ist... Zwei sind durch. What the fuck? Alter, wie fliegt er denn da rum? Aus dem Stand der 10 Meter in die Luft gesprungen. Ey, wo wart ihr jetzt? Auf B oder was? Nee. Ich war ein Heavy und war eine Leine. Ich check's nicht. Ich hab schon den ganzen Namen gespielt. Ja, weil du nicht weißt, wo wir laufen. Ich spiel völlig weird. Ja, Bain. Dann gibt's Callouts eigentlich. Ich pushtisch. Wer geht B? Fast down. Fast down. Okay. Geholt. Ja. Man. Äh, wo habt ihr ein Kill gemacht? Ich check's nicht. Ich hab ein Kill gemacht. Wir waren zu zweit in der Lane. Ja. Cardi und ich. Und gekillt. Ja, hör auf. Alter Schwede. Ja eben. Jetzt hast du ein Kill geklaut. ich verstehe nein okay dieser reingesleitet fest gestorben wird es noch entgegen die kiste gerutschen mit dem toten kadaver das war richtig witzig aus so ein aim assist die granate hatte viel um die kurve in den tunnel reine in mein gesicht sie kamen echt einfach um die kurve geflogen dann hab ich sie im gesicht gehabt und nix mehr gesehen ich wusste nicht dass die granate ein aim assist hat die rauchgranate so jetzt unser spiel ich bleib jetzt hinter euch nö dann bleib ich hinten nö rechts einen am gangstum geht jetzt außenrum mit euch ok nice sehr schön ich pusse einen ah die gehen eins zwei hier einen hab ich und du das sind zwei ok ok dieses schwert ist einfach killer ja super zwei kills ja super zwei kills katt was hast du denn hinschut katt 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 wihink katt 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 Jawoll! Nein! Let's go! Bravo rös! Gehen wir mit da? Genau, außenrum. Zwei, drei Stück, alle drei. Mit rein pushen. Ich bin reingepusht. Oh, hier ist der lau! Der eine läuft links rum. Sieht man nicht. Nein! Titan, Titan, Titan. Nein! Schnapp ihn dir! Titan gegen Titan. Nein, ich muss nachladen. Kylie kommt auch schon aus dem Spawn. Let's go! Legolas! Start. Egal, weiter! Schöpfer hat sich heute auch aus dem Destiny Cockbook... ...haut er sich ein paar Rennsätze rausgesucht. Oh, Titan bei mir. Titan bei mir! Titan! Was war das? Haben die keine Heavy gehabt, oder was? Ne, mein Lied hat geswitcht. Ne, mein Lied hat geswitcht. Okay, ich bleib bitte hinter euch. Okay, jetzt kann ich auch mal ernst spielen, wa? Ja! Oioioioi! Kaum wechsle ich wieder auf Boden... ...äh, auf Boden! Bleib mal auf dem Boden! Cockbook! Bogen läuft's wieder! Cockbook! Sind alle in der Granate pushen! Hahaha! 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 Du warst gestorben. Ich hab 14 Kills gemacht, die Hunde. Hä? So viel wie hier zusammen! Hahaha! Das ist kacke, Bogen und Fusi zu spielen! Fucken und Fusi! Haha! Fucken und Fusi! Hahaha! Fucken und Fusi! Richtig! Lalalalala! Außen! Lalalalalala! 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 ich halte sie im schach da kommt er wieder oh nein sehr gut sehr gut du wirst du mir wieder beginnen ja sehr gut du bist du dumm was ist denn das? pass jippiii ok da war auf der Zone na, nehmen wir hier die Leiche kein Rest für dich ja ich geh mal schiffen hör auf ich glaub ich mach mal meinen Twitch-TV-Challend an das wird immer besser ja, ich guck ok javelin geil echt krass das wird geil äh äh doch 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 das wird ja das wird von hinten einer wo ist denn? so ist das auch ok hat eine Shotgun ja trotzdem trotzdem jetzt mit dem Fusen weg echt silo hier da holt der Nächster auf der frisst der frisst wie? hä? hä? häh? oh Gott oh Gott oh Gott was haben wir erschaffen? scheiße jetzt geht's los schön aber der wieder wieder fällt ok i don't think so ok 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 warte ah nein nein oh nein jetzt wird es so unangenehm oh no jetzt macht sie die Rolle rrr halten down halten down nice auch kann ich nicht teabacken ne 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 das wäre zufrieden sechste runde vielleicht sechste runde vielleicht